Ja, jetzt haben wir viele Eindrücke gehabt. Das ist sehr schön, dass es viele positive Dinge gibt, auf die sich Menschen freuen. Wir freuen uns jetzt einfach auf sehr, sehr gute Musik. Wir haben heute einen jungen Mann zu Gast, gemeinsam mit seinen Kollegen. Der hat im Sommer diesen Jahres das SWR3-Nachwuchsfestival in Backnam gewonnen, zumindest in der Sparte Eigenkomposition, was, finde ich, absolut hoch einzuschätzen ist. Schreibt also selber Stücke und wir werden das Siegerlied aus diesem Finale jetzt hören. Hier ist Michael Ebb mit Sing Another Song. Ich weiß nicht, 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 ich weiß nicht Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Michael, das war mal ein feines Lied. Und jetzt gibt's was.